Richtig viel. Und ich glaube, ich muss hier doch unterbrechen. Naja. Ja, man unterbrecht sich hier und wir sehen uns wieder, wenn ich ihn gefunden habe. Bis gleich. Was zur Hölle... Nein, ich unterbreche noch nicht. Was zur Hölle ist das? Wie viel hält das aus? Hä? Was ist das? Moment, ist das Pooch? Moment. Er hat nichts gesagt. Was ist das? Wow, das lag. Ich habe jetzt niemanden zum Analysieren dabei. Ich muss schwächer werden. Was ist das? Was zur Hölle? Hey, Kminner schwebt. Was zur Hölle? What? Komm. Was zur Hölle? Was ist das? Es ist ein Schaf mit komischem Kopf. Hält mich voll hier. Oh, was anderes macht's Schocker. Okay, es kriegt ja Schaden, aber... Wow, what? Und es kontert ekelhaft. Ähm. Komm mit. Steine darf das nicht rausmachen, der... Was? 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 Weck hier. Bitte? Ähm. Ich habe keinen zum Glück zwischengespeichert. Da fehlt. Schön. Hau ab. Hau ab. Ähm. Okay, wenn ich abhauen will, ist dann... Fehl bitte. What the fuck? Wo ist es? Warte um, warte um, warte um, warte um. Und jetzt wins, es bringt mir voll nichts. Ja, schön. Äh, ich bin tot. Cool. Was zur Hölle war das? Ich bin in einem Schaf verreckt. War das Pucci? Ich habe keine Ahnung, ob das Pucci war. Ich lad mal kurz meinen Speicherstand neu. Ähm. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das Vieh gefunden habe. Ich habe glücklicherweise... Äh. Hier oben bei Gizla Malokos Grotte, also hier oben, wo der... ...vorletzte jetzt war... ...habe ich gespeichert. Gut. Äh. Wir sehen uns wieder, wenn ich den... ...richtigen gefunden habe. Bis gleich. So. Mal gucken, ob das ist oder ob es da Rackwurz ist. Ich mache immer an, wenn ich diese Musik höre. Also von daher, ähm... Das ist Pucci. Ist das Pucci? Okay, der sieht noch knuffiger aus als die anderen alle. Ich hätte so gerne einen Diamanten. Den sollst du von mir bekommen. Das sind nämlich zwei Stück. Hä hä. Hier sogar ein Diamant. Da. Diamant, ich wollte es noch sagen. Hier. Krass einen. Du Krass einen. Diamant. Bitte schön. Und... Dankeschön. 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 Meine Wunderkumpel... ...den wir vorher nicht physisch angreifen konnten. Jetzt können wir ihn physisch angreifen. Und schnell auf Choco. Komm. Und vor allem das Spiel hat mir gerade eben mal voll den Mittelfinger gezeigt. Weil es sind drei von diesen Vierchen aufgegangen. Und die... ...aufgetaucht. ...dann den ich Game Over gegangen bin. Echt geil. So, jetzt wollen wir aber... ...nach Treno. Bis gleich. Willkommen zurück in Treno. Und ich kann jetzt eigentlich mal den Internet Explorer ausmachen. Und meinen zweiten Bildschirm auch. Äh, nein. Lass das. Lass den Blödsinn. So, jetzt ausgehen. So. Ähm. Und fangen wir an. Wir können dann erstmal... ...zau eigentlich von den Viren heilen. Ja, das könnte helfen. So. Propos. Haben die eigentlich alle mal Level-Up drin? Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Level-Up wäre immer ganz schön. Weil Level-Up wäre cool. Der hat kein Level-Up drin. Komm, wir nimmst mal Kontraße. Nimmst mal Level-Up rein. Weil ich brauche noch Level-Ups ganz viele. Du hast... ...Vielty-Up brauchst du eigentlich nicht mehr. Ähm. Lass mal gucken. Bisschen mit Marajena. Fährst du ohne. Ach, kaum auf die. Park, kannst du auch verzichten. Lass den Level-Up rein. So. Du hast... ...und kurz mal... ...wirklich überprüfen. Level-Up... ...pass ich auch nicht drauf. Warum haben die halt keinen Level-Up drin? What the fuck? Was ist mit mir los? Komm, wir haben Level-Up rein. Du musst stärker werden. Viel stärker. Du hast auch keinen Level-Up drin. What the fuck? Nicht zauber mit dem Moment nicht so viel. Kannst du halt lieber das reinnehmen. So. Wir geben die Münzen ab. Endlich. Nach einer halben Ewigkeit. Danach müssen wir noch eine neue Münze holen. Also die letzte Münze, um dann den Gegenstand zu erhalten, den ich haben möchte, damit ich ein bisschen besondereres Ende habe. Ein ganz tolles Ende. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich habe es nur überall gelesen, dass es so ist. Was man dann kriegt. Bitteschön. Nehmen wir dies. So. Dann erhalten wir Geld jetzt, glaube ich, nochmal. 30.000 Geld. Und das dürfte, ist die vorletzte. Das sind jetzt zwölf Stück. So. Ah, seine blöde Held familieren. Ja. Kaiser-Ober. Ah. Es sind irgendwie zu wenig. Den Gerüchten noch, die uns zu Ohren gekommen sind, sind es der, deren Stern ja zwölfe. Warum spüren wir nur diese Leere? Weil noch einer fehlt. Das ist es. So muss es sein. Denn es gibt ohne Zweifel noch eine 13. Steliatio. Steliatio. Die lediglich in Vergessenheit geraten ist. Verzeiht meine Auftränglichkeit, Boronessa. Aber die Gravonen auf den anderen Steliag geben. Vielleicht Aufschluss auf die 13. Denn es ist klar, dass... ... was wir tun müssen. Ich überlege im vorläufig alles der Leere und mit deren Hilfe bringt er mir so dann die 13. hinter... Gewandtheit hoch. Gewandtheit hoch, Opfer hoch, Zauberhafter dafür eins runter. Das ist ein Argument. Schön. So. La 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 la. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz. Ist Steiner voll? Mal kurz gucken. Steiner ist... Ja, einigermaßen voll. Ops. Warum ist... Warum habe ich jetzt geguckt, warum Steiner voll ist? Was kann man immer hier machen? Den Trainer, man kann gegen Monster antreten. Hehehehe. So. Dann habe ich auch schon fast alles, was ich machen wollte, erledigt, ne? Dann kann ich nachher... Weil ich muss noch an einem anderen Ort trainieren. Vielleicht weiß schon einer, wo ich trainieren möchte. Beziehungsweise, ähm... Ja, komm. Gehen wir direkt rein. Was haben wir denn da? Ach, keine Chance. Keine Chance. So, ich will gegen das Monster antreten. Nein. Fail. Ich hoffe, ich kann hier nicht Game Over gehen. Das war jetzt Fail hoch 10. Mhm. Das war's. Mit Steiner wäre das schön einfach gewesen. Mit Schocker vielleicht ein... Ein... Vielleicht zweimal. Und dann wäre das Vieh hinüber gewesen. Aber so wird das Ganze doch interessant. Fuck. Technik. Gehreiberseiler. Cool. Es krittet mich zu Tode. Aber ich glaube, man kann hier nicht Game Over gehen. Das wäre mies. Ich will gegen das Monster antreten. Ich will gegen das Monster antreten. Steiner, bitte. Danke. Okay. So. Das war cool. Das war... ...äbische Knopfdruck-Skills. Und es laget nicht mehr. Das ist wunderbar. Also ich darf nicht unbedingt mal den Internet Explorer dann offen haben, wenn mein... ...ich aufnehme. ...ich aufnehme. Ganz schnell. Hofspießen daneben. Schocker. Schnell. 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 Kontert auch noch. Schön. Es sind immer 4000 Schaden rund. So. Und verpassen wir einen Schocker. Booms. Steht's noch? Es steht noch. War so klar. So. So. Er überlebt das glücklicherweise. Schnell. Schocker. Schnell. Schocker. Booms. What the fuck. Gut, dass ich immer Regina drin hab. Das heilt so ein bisschen gegen. Schocker. Okay, der Konter hat jetzt verfehlt. Das ist mein letzter Schocker, den ich machen kann. What the fuck. Dann hab ich ein Problem. Aber es ist hinüber. Wow. Wie viel das ausgehalten hat. Drei Schocker. Zwei Schocker erlebt. Über 20.000 HP. Das ist hart. Das ist echt hart. So, komm. Da hab ich schon... Äh, Ballonmütze. Hab ich so nicht angeschoben? Die nicht so angedült? Nee. Ballonmütze. Ja, hab ich schon zwei Stück von. Oder geht... Die Zauberabwehr geht ganz schön hoch. Aber ich glaub, der hält erst mal die. So, jetzt geh ich erst mal draus in eine Runde zelten. Beim Wohrkrieg. What the fuck war das? So. Was mach ich denn als nächstes? Ähm... Hey. Ich brich ein Quatsch. I've seen one. Zelten? Ja. Hm. Was mach ich als nächstes? Was mach ich als nächstes? Ich habe noch... Was hab ich noch? Ich hab jetzt noch zwei Sachen eigentlich. Noch eine Sache eigentlich. Und wir sprechen mal kurz dazwischen. So. Ähm... Dann werde ich jetzt... Noch nicht Schluss machen. Aber ich werd hier schneiden, weil ich geh jetzt Frösche fangen. Und das müsst ihr nicht noch alles mitkriegen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich ganz viele Frösche gefangen hab. Bis gleich. Ach, was mir... Was mir gerade einfällt. Ich bin noch ein Held. Ich wollte noch was ganz anderes machen. Ich wollte doch... Ding ist the woman's. Die 13 Nestilliane holen. Die kann ich doch ganz schnell mal holen. Ganz, ganz schnell nämlich, weil die ist hier direkt um die Ecke. Hehe. Vorausgesetzt die Informationen aus dem Internet sind richtig, weil ansonsten müsste ich mir jetzt noch zusammenknobeln, wo die ist. Ähm. Nehm ich die Invincible? Ja, ich nehm die Invincible. Ich weiß, dass da ... ... Viecher lauern die ich nicht mag, weil ich da aber mehrmals cam over gegangen bin. Lulululululululu Äh bisschen zurück und kannst du hier landen Du wirst doch wohl hier landen können Ha Na komm Ja da kann er landen Perfeekt Kwanes Höhle Genau hier möchte ich hin Hier soll es sein Ich habe es selbst auch noch nie gemacht also Die ganzen Münzen zu mal holen weil es mir immer weiß ich nicht Aber mir immer ein bisschen zu doof, ganz ehrlich gesagt.